Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute speziell eine Pflege vorstellen, die ich jetzt seit einigen Wochen verwende und wo ich doch gemerkt habe, dass es mir sehr, sehr gut tut. Und es ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch meinem Mann und meinen Kindern. Die haben auch gesagt, Mama, deine Haut sieht wirklich toll aus. Und ich finde auch, also ich bin ja immer sehr vorsichtig und auch sehr restriktiv, um jetzt mal so ein spezielles Video zu einer Pflegeserie oder zu einem Produkt vorzustellen. Und das mache ich eigentlich nur, wenn ich wirklich davon überzeugt bin und wenn ich das Konzept toll finde und wenn mich auch das Produkt überzeugt hat. Das möchte ich nur mal so als Eingang erwähnen, weil mir Transparenz und Ehrlichkeit und ja, auch wirklich die eigene Erfahrung sehr, sehr wichtig ist und ich nicht einfach nur irgendwas vorstellen möchte, um es in die Kamera zu halten und zu sagen, naja, kauft euch das, sondern ich mache das nur, wenn ich wirklich davon überzeugt bin. Und bei dem Produkt bin ich tatsächlich davon überzeugt, dass es wirklich Benefit hat für meine Haut und dass man das auch sieht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache auch dazu jetzt ein spezielles Video Kosmetiklinie. Heißt Mediterrane Momente und zwar hat es die Mary Stürmer entwickelt und da wollte ich euch so ein bisschen was zum Background erzählen. Ich finde es ja immer so ganz interessant zu wissen, warum macht jemand ein Produkt und stellt es vor oder hat wohl Herzblut dahinter. Und ich hatte die Gelegenheit tatsächlich mit der Mary Stürmer mich zu unterhalten und ich fand das sehr inspirierend und sehr, ja, ich finde es toll, wenn jemand so leidenschaftlich ist und dafür brennt und sagt, von wegen ich bin da so von überzeugt. Und das imponiert mir immer sehr und da bin ich auch gerne unterstützend tätig. Also die Frau Stürmer hat mir dann erzählt, dass sie sehr, sehr lange Zeit bei namhaften Kosmetikfirmen in der Entwicklung, in der Forschung, im Training gearbeitet hat und hat eben auch Kosmetikprodukte mitentwickelt und hat gesagt und hat halt eben so am Ende ihrer Berufslaufbahn dann auch eben ein Konzept im Kopf gehabt und das war ihr dann so wichtig, dass sie gesagt hat, andere Leute gehen in Rente, ich mache meine eigene Kosmetiklinie. Wie geil ist das denn, oder? Also das fand ich sehr beeindruckend, weil sie so dafür brennt und so dafür überzeugt ist, zu sagen, ich nehme nur das Beste auch in der Konzentration, wie sie sinnvoll ist und in der Herstellung und in der Herkunft, um da halt eben das alles zu kombinieren und zwar wissenschaftlich fundiert und mit dem Besten der Wissenschaft vereint, um halt eben da ein Kosmetikprodukt auf den Markt zu bringen oder eine Kosmetiklinie und das fand ich sehr beeindruckend. Also sie hat, wie gesagt, sehr viele Berufserfahrung und letztendlich hat sie gesagt, das, was mich am meisten so wirklich überzeugt, ist halt eben dieses Reservatrol beziehungsweise die rote Weintraube, also es ist nicht die weiße, es ist tatsächlich die rote und da ist es halt wichtig, dass es halt nicht nur irgendeine Weintraube ist, sondern eine Weintraube, also erstens mal Bordeaux und zweitens halt eben aus der Gegend, aus Bordeaux, aus der mediterranen Umgebung, weil nur da sind auch die Böden so reichhaltig und der Gehalt an Reservatrol so hoch, damit es überhaupt halt irgendwie einen Effekt hat. Das Reservatrol ist auch hauptsächlich in der Schale, also nicht jetzt nur irgendwo in der Traube selber, also wenn man jetzt nur Traubensaft trinkt, ist es nicht unbedingt alleine förderlich, sondern halt eben, sagt man ja, Rotwein ist schützt vor Herzinfarkt, weil einfach da das antioxidativ wirkt. Das haben sich, glaube ich, die Franzosen so überlegt, oder? Aber zumindest so ein Gläschen Rotwein am Abend kann ja nicht schaden. Und das ist halt eben auch die Grundlage von dem Produkt hier. Also das heißt, das Reservatrol ist ja eins der nachgewiesenen Substanzen, die einen hochantioxidativen Effekt hat. Und das ist ja, das finde ich fantastisch und das ist ja auch wissenschaftlich geprüft und belegt. Und deswegen finde ich das auch so toll. Und es ist tatsächlich so, ich habe ja auch mal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, also hatten wir auch ein Produkt bei uns im Portfolio, wo ich noch in der Pharma gearbeitet habe. Und es war halt auch wirklich so, dass es heißt nicht nur von wegen, wo kommt denn zum Beispiel das Produkt her, sondern dass es zum Beispiel in ganz spezifischen Gegenden ganz gewisse Gehalte an Wirkstoffen drin sind. Und dann ist nochmal die Frage, wie ich diesen Wirkstoff weiterverarbeite, um den maximalen Effekt zu haben. Und es gibt zum Beispiel, es gibt immer sehr viele Produkte auf dem Markt, aber dann ist auch wirklich der Unterschied, wie stelle ich das her, wie ist das wissenschaftlich kombiniert und aufgearbeitet, um halt wirklich den maximalen Effekt zu haben. Und das hat mir sehr imponiert, das hat mir sehr gut gefallen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war eine lange Einführung. Hier diese Anti-Aging-Creme, also die wie gesagt, tatsächlich aus Reservatrol, ist so der Hauptwirkstoff aus der roten Weintraube, es sind aber noch Kerne mit, also von den Kernen ist noch mit drin, von der Traube selber, von Stammzellen ist mit enthalten, dann sind aber auch noch von Oliven sind da noch Produkte mit drin und es sind vor allen Dingen auch Eiweiße drin. Bei Eiweißen und Kollagenen scheiden sich ja so ein bisschen die Gemüter, so nach dem Sinne, kommen die überhaupt durch die Haut, penetrieren die da rein, genauso mit Hyaluronsäure, es muss eine niedermolekulare, niederkette, kurzkettige Hyaluronsäure sein, nur die penetriert überhaupt in die Haut, weil die Langketten, Mittelkettigen schaffen das ja gar nicht, ob der Molekülgröße, weil die Haut hat ja eine Schutzbarriere, ist ja eine Schutzfunktion und sagt nicht von wegen, hey, ich lasse hier alles durch. Deswegen ist es ganz wichtig und man weiß ja auch, das kaltgepresste Olivenöl hat sehr viel antioxidative Eigenschaften, hat viel Ölsäure, die sehr, sehr wichtig ist und was auch wichtig ist, hat viel Vitamin E und das ist halt das Tolle, dass zum Beispiel das Reservatrol ist ja ein Antioxidativ, was eher so wasserlöslich ist in dem Sinne, aber Vitamin E ist zum Beispiel fettlöslich, das heißt, die Kombination von beiden Antioxidativen ist ganz, ganz wichtig, dass man da halt eben den kompletten Bereich abdeckt. dann ist auch ein hoher Gehalt an Linolsäure drin, das hat eben auch ganz, ganz wichtig für die natürliche Schutzfunktion der Haut, ist ja eine Doppellipidmembran, die Haut, also wie die Zelle aufgebaut ist und da braucht es natürlich die Öle und auch da ist es extrem wichtig, dass halt eben durch Licht, durch Umwelteinflüsse und so weiter, durch Rauchen, durch Stress hat man von außen und von innen wirken halt freie Radikale oder Stressoren auf die Zellen ein und bewirken dadurch natürlich halt einen früheren Zelltod oder halt eben, dass es Kollagen aufgebrochen wird, dass es halt tiefe Falten gibt, auch an der Oberfläche, dass es halt ein Knitterfältchen gibt und so weiter und all dieser oxidative Stress an den Zellen ist natürlich super schädlich, und deswegen ist es auch so wichtig, um zum Beispiel das Reservatrol halt eben überhaupt in die Haut reinzubringen, also dass es nicht nur an der Oberfläche so rumdümpelt, weil dann ist es gut, zwar wie eine Sonnencreme, also ein SPF, der halt von außen schützt, aber es muss natürlich auch in die Tiefe kommen, um zum Beispiel halt eben in der Haut, also in der Unterhaut, dann halt eben diese oxidativen Prozesse stoppt, gerade in der Nacht, wenn Reparaturvorgänge dann funktionieren und am Arbeiten sind, dass da halt eben das unterstützend wirkt, dass man natürlich halt eben die Haut nicht frühzeitig altert, das ist einfach der sprengende Punkt, also das ist ganz, ganz wichtig, es muss in die Tiefe kommen, nur dann hat es auch einen Effekt und das macht die Creme offensichtlich, also bei mir hat es, finde ich, sehr, sehr guten Effekt. Was noch was drin ist, ist zum Beispiel Joberöl ist natürlich drin, dann sind Traubenstammzellen drin, Traubenstammzellen haben den Vorteil, dass sie halt eben nachgewiesenermaßen den UV-Schutz halt irgendwo zusätzlich unterstützen, also das heißt, es gibt ja die UV-A- und UV-B-Zellen, es gibt die UV-A- die UV-B-Strahlen, die einen sind eher an der Oberfläche, die anderen gehen in die Tiefe, bedingen da halt eben, dass das Kollagen kaputt geht, da gibt es halt eben die Falten und wenn halt eben auch diese Stammzellen in die Haut eindringen, können die da diese UV-Strahlen halt eben neutralisieren in Anführungszeichen und da natürlich zusätzlich gegen die Hautalterung halt eben unterstützend wirken, das ist natürlich eine tolle Technologie. Auch Peptide sollen helfen, also es müssen halt kleine Moleküle Peptide sein oder am besten Aminosäuren, die natürlich auch, wo man sagt, es soll unterstützend sein gegen die Hautalterung, ich glaube, da gibt es noch, da wird sehr viel geforscht momentan und das Wichtige ist, dass sie nicht schaden, das heißt, man kann durch die Peptide nur gewinnen, was ja auch schon ein guter Punkt ist. Dann ist noch Adenosin enthalten, das Adenosin ist ganz wichtig, zum Beispiel auch, weil es Adenosin-Triphosphat und Adenosin-Diphosphat, das ist quasi ganz, ganz wichtig für die, als Kraftwerk für die Zelle, das Adenosin-Triphosphat wird Adenosin-Triphosphat umgewandelt und funktioniert als Energielieferant. Dann ist Panthenol natürlich mit drin, Vitamin B, also das Hautvitamin, wenn man so schön sagt, dann Glycerin spendet zusätzlich Feuchtigkeit. Also es sind viele, viele gute Sachen, wo die Frau Stürmer zusammen gesucht hat und hat gesagt, das möchte ich drin haben, das und das und das, in der Idealen, in der hohen Konzentration, das muss aber alles gut zusammenpassen und das muss auch gut sein, dass es sagt von wegen, dass man halt auch eine gute, gute Lösungsvermitteln hat, dass es eine gute Creme ist und ich kann sagen, dass die, also die Creme ist wirklich schön, was die Pflege anbelangt und was auch die, die Resorbierbarkeit in der Haut, ne, also es ist wirklich super angenehm, die zieht schnell ein, die ist nicht fettig, die ist nicht zu glänzend, sie ist für morgens und für abends perfekt und sie ist eine wunderbare Make-up Grundlage, ne, also es gibt ja Cremes, die sind nicht so ideal dafür geeignet, ne, da ist Hyaluron, sind dann, dann rippelt sich das so ab oder sowas, ganz schrecklich, ne, macht die überhaupt nicht, ne, also ich habe die wirklich schon mit allen möglichen Make-ups kombiniert, mit günstig bis High-End und Luxus und es funktioniert Bombe, kann ich nur sagen, so. Das riecht so ein bisschen, wie gesagt, das habe ich komplett leer gemacht, habe ich jetzt glaube ich schon mehrfach erwähnt, hier habe ich eine neue Dose, es riecht so ein bisschen fruchtig und man muss auch sagen, das will ich aber auch nicht verheimlichen, dass auf einer relativ weit unten auf der Stelle habe ich gesehen, dass da auch Parfum mit drin ist, ich zeige es euch mal, also es ist relativ so im unteren, auf jeden Fall unter der Hälfte, also ich wollte es euch nur sagen, weil es gibt Leute, die das nicht mögen oder die sagen, ich habe da eine Allergie, ich möchte da auch volle Transparenz schaffen. Bei dem Serum ist kein Parfum drin, das ist Parfum frei, das wollte ich auch erwähnen, ganz wichtig und es hat eine tolle, ach, eine ganz wunderbare Konsistenz, das ist so ein bisschen gelartig, also flüssig, aber halt so ein bisschen gelartig, aber ganz leicht, ganz, ganz toll. ich nehme das tatsächlich morgens und abends immer so zwei Pumphübe, weil es halt einfach ein wunderbarer Feuchtigkeitskick ist, wunderbarer, und es hat eine ganz tolle Konsistenz, ach, super, wunderschön, sieht auch sehr schön ein, wie ihr seht, hat überhaupt keinen Geruch, gar nichts, und das ist richtig, richtig schön. Das ist das Serum, was halt eben super toll Feuchtigkeit gibt, ich nehme das tatsächlich nicht nur abends, sondern auch morgens, und dann habe ich hier noch die Haut, die Augencreme, ich bin normalerweise, nehme ich eigentlich nicht so viel Augencreme, tatsächlich, die sieht so aus, aber im Winter habe ich gemerkt, es ist doch besser, also im Winter nehme ich doch tatsächlich Augencreme, also wirklich so ganz komplett ums Auge, und da brennt nichts, ich habe sehr empfindliche Augen, ich trage auch Kontaktlinsen, die riechen ein kleines bisschen, aber eher so ganz dezent medizinisch eher, finde ich, zieht auch super schnell ein, und brennt nicht, finde ich immer ganz wichtig als Augencreme, auch wenn sie mal ins Auge kommt, brennt sie nicht, irritiert nicht das Auge, und wie gesagt, ich bin im Winter, habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Augenpartie doch relativ trocken ist, und das dann bei mir zum Beispiel der Concealer, der wird dann da hinten immer so cakey, ganz schlimm, und wenn ich eine Augencreme verwende, und die im Speziellen, dann ist das so schön durchfeuchtet, dass das überhaupt kein Problem ist, also deswegen mag ich das, im Winter nehme ich sehr, sehr, sehr gerne eine Augencreme, und ich nehme sie tatsächlich nicht nur morgens, jetzt als Make-up-Unterlage, Sondern auch abends einfach, weil ich das mit dem Tretonein, dass es dann doch so ein bisschen zusätzlich halt irgendwie die Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit zusätzlich unter den Augen versorgt, einfach wegen der trockenen Heizungslufts und so weiter, und wenn abends, wie gesagt, die Reparaturvorgänge in der Haut passieren, ist es einfach ideal, dass man da nochmal eine Feuchtigkeit aufträgt. Ach so, was ich noch vergessen habe, also das Adenosin, also diese Nukleinsäure, die wird, die ist in Liposomen gecovered, dass quasi das, also Liposomen ist ja so ein Fetttröpfchen, das ist halt eben, das macht man um zum Beispiel, weil die Hautbarriere ist ja, es ist ein Doppellipid-Pembran und alles, was fettlöslich ist, dringt überhaupt nur gut in die Haut ein, alles, was wasserlöslich ist, weniger gut, da hängt es dann vom pH-Wert ab, wie z.B. bei Vitamin C, da darf es nicht mehr als 3,5 sein, sondern ansonsten penetriert es auch nicht durch die Haut, also all diese Sachen muss man bedenken, sonst funktioniert das Ganze nicht und wie gesagt, wenn man so ein Adenosin halt eben in so ein Liposomen, so ein Fetttröpfchen reinpackt, dann kann es gut in die Haut rein penetrieren und auch in die Zelle reingehen und da steht dann Adenosin als Kraftwerk quasi zur Verfügung und es ist halt wie gesagt auch ein Bestandteil der verschiedenen Nukleinsäuren, um halt da irgendwie wichtig zu sein, ist halt wichtig als Bestandteil der DNA und RNA, ganz, ganz simpel. So, also ich finde, ihr habt mich ja schon öfters mal gefragt von wegen, warum sieht meine Haut so gut aus und vielleicht ist das ja auch die Erklärung. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich mag auch z.B. dass das so eine große Dose ist, ist so ein bisschen nachteilig zu mitnehmen, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, aber ich habe mir das halt einfach, wo ich jetzt ein paar Tage weg war, so ein kleineres Döschen abgefüllt, aber es ist halt ganz toll, weil ich finde, du hast halt morgens und abends die gleiche Creme und du musst halt nicht gucken, von wegen morgens ist da jetzt ein Lichtschutzfaktor drin oder abends was anderes, sondern die reicht mir wirklich. Die ist morgens, die ist wirklich gut als Make-Up-Unterlage, weil sie richtig schön einzieht und überhaupt keine Probleme macht und überhaupt nicht interferiert mit irgendwelchen anderen, weder mit der Sonnencreme noch mit irgendeinem Make-Up, was für mich persönlich ganz wichtig ist und abends ist sie ausreichend genug, auch zusammen mit dem Serum, dass es wunderbar funktioniert. Also es hat mich sehr, sehr überzeugt und ich brauche keinen Lichtschutzfaktor in der Creme drin, weil ich sowieso immer noch mal einen Lichtschutzfaktor extra auftrage. Das mache ich generell. Da brauche ich keinen Lichtschutzfaktor in der Creme drin. Also mich hat das Produkt selber überzeugt, nachdem ich mit der Frau Stürmer die Gelegenheit hatte, mich mit ihr zu unterhalten, bin ich noch mal mehr überzeugt, dass man so leidenschaftlich für ein Produkt brennt und vier Jahre Entwicklung reinsteckt, um zu sagen, ich möchte die ideale Creme, weil es sie nicht auf dem Markt gibt, dann mache ich es einfach selber, bringe all meine jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung von der Produktentwicklung in mein eigenes Produkt mit rein und das hat mir sehr imponiert. Ganz ehrlich, also das fand ich schon toll. Richtig, richtig toll und deswegen probiert es mal aus. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Probiert es einfach mal aus, wie es eure Haut gut tut und was ihr davon haltet und es würde mich echt freuen, wenn ihr mir Feedback gebt und das finde ich an der Stelle auch ganz wichtig, weil jede Haut ist anders. Also ich würde mich freuen, wenn ihr die Creme mal ausprobiert und wenn ihr dann sagt, von wegen, was ihr davon haltet, wenn ihr mir Feedback gebt, weil ich weiß jetzt nur von mir, dass es funktioniert und dass ihr mir gut tut, aber es ist natürlich noch mal spannend zu erfahren, von wegen, wie sieht es bei euch aus. Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, das würde mich wahnsinnig freuen. Ja, dann danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure wertvolle Zeit, die ihr mit mir verbracht habt und wie immer, bleibt gesund, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.